Unsere Position ist natürlich schon, dass wir sagen, sportlich ist die Saison nicht zu bewerten. Wir haben sieben Spiele, es gibt Mannschaften, die haben zehn Spiele. Wenn du wieder anfängst jetzt zu spielen, gibt es so große Unterschiede, dass das sportlich eigentlich eine verlorene Saison ist und das natürlich auch extrem schwer ist, das zu bewerten. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, das auch auf Teufel komm raus durchzuziehen. Wenn man jetzt mal schaut, wie die Bayern das gemacht haben zum Beispiel im letzten Jahr, die haben die Saison einfach unterbrochen, nicht abgebrochen. Warum ist das nicht eine Option zum Beispiel, dass man sagt, man spielt einfach später wieder weiter? Wir haben jetzt alle Spieler in der Kurzarbeit. Wenn du anfängst, wieder zu spielen, ist der Status natürlich weg. Wir haben höhere Kosten, müssen dann auch wieder zum Spiel fahren und es ist davon auszugehen, dass keine Zuschauer jetzt erstmal in die Stadien kommen. Also du hast sehr viel höhere Kosten, hast keine Einnahmen, also du treibst die Vereine in den Ruinen. Ja, wir wollen natürlich ein bisschen präsent bleiben und haben heute jetzt zum Beispiel ein Lattenschießen organisiert, wo die Spieler im Training für die Fans versuchen, die Latte zu treffen. Ich kann mich als Fan beteiligen, indem ich fünf Euro spende und dann eine Kiste Fritz-Kohler zum Beispiel gewinnen kann, wenn der Spieler die Latte trifft und wir auch eben erfolgsabhängig dann von unserem Unterstützer Fritz-Kohler auch noch dann eine Prämie bekommen. Also das ist so eine kleine Spielerei, um einfach auch präsent zu bleiben und ein paar Euros noch zusammen zu kratzen. Natürlich sind wir froh, dass wir uns wieder auch auf dem Platz treffen können und das wieder ein bisschen mehr Fußballcharakter hat. Vorher haben wir halt mit individuellen Laufplänen gearbeitet oder in Zoom-Meetings Bauch, Beine, Po gemacht. Aber das hat natürlich alles nichts mit Mannschaftssport zu tun und auch jetzt ist es ja deutlich reduziert. Wir versuchen das Training so anzubieten, dass jeder Spieler in der Woche zweimal auf dem Platz stehen kann. Ist sicher nicht vergleichbar mit Mannschaften, die einfach jetzt durchtrainieren, die viermal die Woche auf dem Platz stehen, die eine Profimannschaft ganz normale Abläufe haben. Die sind natürlich in einem ganz anderen Zustand, das ist ja ganz klar.